Herzlich Willkommen zurück hier auf dein Lieblingskanal TomMickZockt. Heute zerfetzen wir wieder ein paar Rubbellose und zwar geht es um die satte 200. Das sind 2 Euro Lose. Ich habe wieder meine ganze Stange geholt. In einer Stange sind 50 Lose. Hier ist der Gewinnplan 1.800 x 200 Euro. 3.600 x 40 Euro. 36.000 x 10 Euro. 129.600 x 4 Euro. Und 208.800 x 2 Euro. Gewinnchance zum Spitzengewinn beträgt 1 zu 1.000. Eigentlich machbar. Ich hoffe mal wir haben hier die 200 Euro drin. Das Paket kostete 100 Euro. Also 50 x 2.000 Euro. Das ist ja einfach. So das waren schon mal die Gewinne. Also was man gewinnen kann. Rubbelen Sie alle Eurozeichen und Gewinnfelder auf. Finden Sie eine ihrer zwei Gewinnzahlen. Also das sind die Gewinnzahlen hier. Unter einem der aufgehöbelten Gewinnfelder. Das sind die hier. Haben Sie einen unterbestehenden Betrag beworben. Mehrfachgewinne sind möglich. Ich will nicht lange rumlabern. Hier sind 50 Stück. Das sieht man. Das ist schon eine Menge. Hier wird auf jeden Fall wieder ein Counter sehen mit Gewinn und Nicht-Gewinn. Links und rechts. Und dann fangen wir mal an direkt. Das sind unsere Gewinnzahlen. Fünf. Und die sieben. Neun. Sechs. Die vier. Oh wir haben die sieben. Oder? Ne, wir haben zwei. Ok. Verguckt. Verguckt. Auf jeden Fall ist das schon mal eine Niete. Schmeißen wir mal links zum Nietenstapel hin. Die acht. Und die drei. Die fünf. Die sechs. Die eins. Die neun. Die vier. Und die sieben. Wie man sehen kann. Die nächste Niete. Ab geht zum Nietenstapel. Los Nummer drei. Wir machen jetzt den Speed One hier auf jeden Fall. Unsere Gewinnzahlen sind die fünf und die neun. Leider eine Niete. So schnell kann man sechs Euro verzocken, ne? Leute bitte nicht nachmachen auf jeden Fall. Ich mache es für euch. Und wir zeigen, wie korrekt die Lose sind. Die Bank gewinnt immer. Genau wie in diesem Falle. Die drei und eins haben die Gewinnzahlen. Leider nicht dabei. Leider eine Niete. Ab geht zum Nietenstapel. Die drei. Die zwei. Das sind unsere Gewinnzahlen. So haben wir die fünf. Und die acht. Und wieder mal eine Niete. Das ist durch die fünfte jetzt. Oder? Die fünfte in Folge. Ja. Unsere Gewinnzahlen sind die zwei und die drei. Ich rieche einen Gewinn. Fünf, vier. Ich habe mich verbrochen anscheinend. Fünf, vier, sechs, eins, neun, acht. Gewinnzahlen zwei und drei. Eine Niete. Leider wieder rüber zum Nietenstapel. So. Jetzt ist die eins und die vier drinnen. Da wo wir die eins hatten. Das wären 40 Euro gewesen. Egal. Die sieben. Die acht. Die vier. Sie haben ein Gewinn. Da sind zwei Euro. Die sechs. Die zwei. Und die fünf. Da haben wir ein Gewinn. Zwei Euro. Immerhin. Immerhin. Da probieren wir wieder unsere Gewinnzahlen. Das sind die vier und die fünf. Dann schauen wir mal. Oh, die fünf ist drinnen. Und es ist vier Euro. Vier Euro. Die acht ist drin. Die eins ist drin. Und die zwei. Ja. Hier kann man sehen. Fünf Gewinnzahlen. Fünf ist drinnen. Vier Euro macht sechs Euro. Die neun und die acht. Unsere Gewinnzahlen. So. Die drei. Die vier. Die sieben. Leider wieder eine Miete. Die sechs. Und die acht. Das sind die sechs. Die acht. Dazu die Gewinnzahlen. Die neun. Leider wieder eine Miete. Sehr groß. Sehr groß. Auf jeden Fall. Eins. Und die neun. Unsere Gewinnzahlen. Die sechs. Die acht. Die fünf. Leider verloren. Das geht jetzt zunächst los, unsere Gewinnzahlen sind die 7 und die 2, so die 3 ist, die 5 ist, die 1 ist, die 4 ist, die 6 ist und die 9 ist, aber leider keine 7 und keine 2, also wieder eine Niete, lohnt sich ja extrem, so die 7 und die 9 sind unsere Gewinnzahlen, sehr oft die 7 dabei, 6, 1, 4, 3, 8 und 2, leider wieder kein Gewinn, die 5 und die 9, unsere Gewinnzahlen, wir rütteln die 6 frei, die 1, die 5, 4, die 4, die 2 und die 3, wir haben 4 Euro gewonnen, ja, so, die nächsten Zahlen kommen, die 6 und die 5, kann man gut und die 7, leider kein Gewinn, unsere Gewinnzahlen lauten 2 und 7, könnte das ja ein Motto-Sprücher sein, ne? Wir haben die 1, die 3, die 9, die 2, weiter geht's, das sind 2 Euro, das sind 2 Euro, die 4 und die 8, 2 Euro gewonnen, wie kann man das erkennen? Immerhin 4 Lose, die gewonnen haben, ab geht's zum nächsten Los, 4 und die 2, meine Damen und Herren, wir haben die 8 gezogen, wir haben die 1 gezogen, wir haben die 6 gezogen, wir haben die 7 gezogen, und wir haben die 9 gezogen, das heißt, kompletter Bruch und Much. Nächstes los, die 6, die 3 und brauchen wir, die 6 und die 3 brauchen wir, und die haben nix leider, ab zum Verliererstapel, die 6 und 4 sind solide Zahlen, oder? 6 und 4 sind solide, 2, 5, 1, 8, 7 und 9, die sind wieder aber leider, nicht gewonnen, die 5 und die 7, die 6 haben wir, die 8 haben wir, die 1 haben wir, die 1 haben wir, die 2 haben wir, wir haben die 4 und wir haben die 7. Leider, kein Gewinn. So, die 3 und die 7. Die 1 haben wir, die 5 haben wir, die 4 haben wir, die die 6 haben wir, die 6 haben wir, die 8 haben wir, und die 2 haben wir, leider keine 3 und 7, heißt Miete. Und so sieht es aus, wenn man ein zartes Auge mit dem 5. Warum kann da keine 5 geben? Die 1, die 7. Das sind unsere Gewinnzahlen, 1 und 7. Sind die Zahlen dabei? Natürlich nicht. Leider nicht. Leider wieder ein Niete. Das sind schon Menge, Menge, Menge Nieten. Das ist nicht schön, muss ich echt sagen. Nicht schön. Die 6 und die 9. 1, 5, 7, 3, 4 und 8. Leider wieder eine Niete. Zum nächsten los. Die 7 und die 5. Diese Zahlen müssen wir haben. Und wir haben die 1, wir haben die 2, wir haben die 6, wir haben die 3, wir haben die 8 und wir haben die 4. Also wenn jetzt gleich nicht knallt, dann weiß ich auch nicht. Wieder eine Niete. So. Wir haben die 4. So. Wir haben die 1, wir haben die 5. Die haben die 1, wir haben die 5. Die 2 haben wir, die 8 haben wir. Die 7 haben wir, mit 2 €. Die 1 haben wir und die 9 haben wir. Nach 10 Nieten haben wir wieder 2 Euro gewonnen, sehr gütig, sehr gütig, die Sattel 200 ist sehr gütig, die 7 und die 5, schauen wir mal, einmal die 9, einmal die 4, einmal die 1, einmal die 6, einmal die 3 und einmal die 2 und leider eine Niete. Kein Gewinn, los Nummer 27, das geht hier wie in Akkorde, die 6 und die 4 brauchen wir, wir haben die 8, wir haben die 2, wir haben die 7, wir haben die 5, wir haben die 3 und wir haben die 9, leider kein Gewinn. Müsst euch mal überlegen, wenn ihr jetzt in der Lottobude seid und euch dann halt so die Lose holt, 4 oder 5 Stück, was 5 Stück sind, das sind 10 Euro, ihr könnt locker 5 Nieten hintereinander haben, locker, locker, 10 Euro verbraten, was macht das Gehirn dann? Ja, nix los, muss auf jeden Fall Gewinn haben, ne? Ja, denkst du? Dann machst du nochmal der Lose, die wieder Lied, ne? Das sind 8 Nieten, ne? Hat man ja gesehen, wie viele Nieten hier sind, ne? Na ja, Gewinnzahlen 3 und 1. Wir haben die 4, wir haben die 6, wir haben die 9, wir haben die 5, wir haben die 8 und wir haben die 2. 2. Kein Gewinn. Unsere nächsten Gewinnzahlen lauten die 7 und die 2. Schauen wir mal nach, wir haben hier die 1, wir haben hier die 9, wir haben hier die 3, wir haben hier die 5, wir haben hier die 4 und wir haben die 8. Und natürlich die 4, der 3. Und jetzt habe ich euch leider keinen Gewinn, Belieke und die 2. Ab zum nächsten los, wir haben die 1 und wir haben die 9. Da sind unsere 2 Gewinnzahlen. Wir haben die 2, wir haben die 6, wir haben die 3, wir haben die 7, wir haben die 5 und wir haben die 8. Und natürlich gibt es wieder hier kein Gewinn. Nächstes Los, nächstes Glück, nächste Gewinnzahlen. Die 6 und die 4. Schauen wir mal. Die Mb9, die 8, die 7, die 1, die 3, die 5. Leider wieder kein Gewinn. Ihr werdet so oft den Furz hören, das ist krass. So, die 4 und die 5. Mal gucken. 1, 3, 8, 7, 2 und die 6. Leider kein Gewinn. Los Nummer 33. Wir kommen so langsam zum Ende. Die 5 und die 9 haben wir. Die 4, die 7, die 3, die 6, die 1 und die 2. Wieder mal kein Gewinn. Also ich glaube ich werde diese Losart nicht mehr holen. Für 2 Euro. Und ich werde die Sorte Zout O. Also dieser Zout hat nicht mehr holen, glaube ich, weil der ist ja katastrophal. 7 und 6 sind die Gewinnzahlen. Wir haben die 3. Wir haben die 5. Wir haben die 1. Wir haben die 9. Wir haben die 8. Und wir haben die 2. 3, 5, 1, 9, 8, 12, 7, 6 müssen wir haben. Ist nicht dabei. Eine Miete. Nächstes los. Unsere Gewinnzahlen sind die 9 und die 6. So. Die 4 ist dabei. Die 2 ist dabei. Die 7 ist dabei. Die 8 ist dabei. Die 5 ist dabei. Aber leider keine 9 und keine 6. Und wieder mal eine Miete. So. Los Nummer 36. Gewinnzahlen 4 und 3. So. Wir haben die 1. Wir haben die 4. 2 Euro. Wir haben die 5. Wir haben die 7. Wir haben die 6. Und wir haben die 2. Heißt, wir haben wieder mal 2 Euro nur gewonnen. Also nicht bei 10 Euro oder was. Naja. Wurden wir gewinnzahlen. Die 2 und die 8. Schauen wir mal. 1, 7, 6. 4, 9. Und 1. 3. Leider kein Gewinn. Ab zu den Nieten. Du Niete. Unsere Gewinnzahlen. Die 6 und die 2. Wir haben die 9. Wir haben die 4. Wir haben die 8. Wir haben die 7. Wir haben die 1. Und wir haben die 2. Macht 4 Euro. 4 Euro. 4 Euro given. Immerhin. Zum Gewinnerstapel. Weiter geht's. Wir haben die 7. Und wir haben die 4. Und wir haben die 4. Und die 7 und die 4. Kommen wir dann so in die Gewinne. Wir haben die 3. Die 1, die 2, die 6, die 5 und die 9. Nein, es kommt nicht die Gewinne. Wir haben verloren. Dann gewinnt es. Weg damit. Leider. Unsere nächsten Gewinnerzahlen lauten. 8 und 1. So, gucken wir mal. Wir haben die 6. Wir haben die 9. Wir haben die 2. Und wir haben die 4. Wir haben die 3. Und wir haben die 7. Leider. Und wir haben die 8. Und auch nicht. Die 1. Heißt. Müll. Leider Müll. Nichts ist los. Nichts ist Glück. Gewinnzahlen 4 und 7. Wir haben die 3. Wir haben die 9. Wir haben die 1. Wir haben die 6. Wir haben die 2. Und wir haben die 5. Heißt wieder kein Gewinn. Wir sind beim 9. Los. Also nur noch 9 Lose. Wir sind beim 42. Los. So sagen wir mal so. 5 und 8. Dazu unsere Gewinnzahlen. Die 9. Die 2. Die 6. Die 7. Die 4. Und die 3. Leider kein Gewinn. Schade, schade. Nichts ist los. Nichts ist Glück. Die 2 und die 1. Die 2 und die 5. Dazu nur die Gewinnzahlen. Die 6. Die 8. Die 3. Die 7. Die 5 und die 4. Und die 5. Die 5. Die 6. Die 7. kein gewinn wir haben nur noch sechs lose jetzt 6 da muss noch was kommen da muss traurig das sind aber 20 euro vielleicht oder so wenn überhaupt wenn überhaupt 100 wird gezahlt also gewinn zahlen 9 und 8 sorry die 5 haben wir die 6 haben wir die 2 haben wir die 8 haben wir das sind 2 die 1 haben wir die 4 haben wir 2 euro gewonnen ihr könnt es ja da oben sehen da hinten in der ecke das sind unsere gewinne und hier oben natürlich die nie wie viele nie wir hatten also unzählige die 8 und die 4 das sind unsere gewinnzahlen die 4 haben wir schon mal die 7 die 5 die 3 die 8 haben wir die 4 und die 8 insgesamt 4 euro jeweils 2 nächstes los nächstes glück die 7 und die 4 9 2 3 5 1 und die 8 leider eine miete so die 4 und die 7 die 4 und die 1 das sind unsere zahlen wir haben die 9 wir haben die 2 wir haben die 7 wir haben die 6 wir haben die 5 und wir haben die 3 und schon wieder eine miete leider wieder Hakkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkorkork Wir haben die 7, wir haben die 3 und wir haben die 6. Wir haben 1, 2, 3 Gewinnzahlen. Jetzt gucken wir mal wieviel wir gewonnen haben. Bei der 8 steht eine 2. Bei der anderen 8 steht eine 4 und bei der 7 steht eine 4. Ein 10 Euro los. Herzlichen Glückwunsch. Ein kleiner Mini-Hit. 10 Euro gibt es 36.000 mal. Ja, ist drin. Korrekt. Trotzdem ein Verlust gemacht. Die nächsten und die letzten Zahlen die wir brauchen sind die 2 und die 7. Wir haben die 6, die 9, die 5, die 1, die 8 und die 3. Wie in den meisten Fällen ist der letzte los. Meistens immer auch eine Niete. 2 und 7 mussten wir haben. 6, 9, 5, 1, 8 und 3 haben wir. Eine Niete. Leute, das war es dann. Ihr seht hier oben. Da sind die Nieten. Und dort. Die Gewinne. Oder der Gewinnbetrag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Die 2 Euro, die bringen kein Glück. Haut da rein. Liken, abonnieren, kommentieren. Schreibt gerne, welche Lose ich machen soll, probeln soll. Wie viel davon. Was für ein Wert. Was gemischt ist. Oder wie der Stange. Oder sonst irgendwas. Würde mich interessieren. Haut da rein. Bis nächstes Mal. Peace. Bis zum nächsten Mal.